Ja, ich freue mich, dass wir heute hier sind. Radverkehr und Radwege sind für Hessen Mobil ganz wichtig geworden und da wollen wir natürlich auch Akzente hier bei der Messe setzen. Also wir sind mehr als 20 Leute, die sich nur für Radwegeplanung derzeit engagieren. Unser Ziel ist es, das Radwegeangebot in Hessen einfach zu erweitern, zu verbessern und dafür braucht wir neue Radwege. Ich fahre viel an der Nidda, alles Frankfurt nach Norden oder Richtung Wiesbaden am Main lang oder die Hohe Straße Richtung Main-Kinzig. Das sind so meine Jagdgebiete. Natürlich gelten auch für die Radwege die gleichen Anforderungen wie für die Straßen. Dennoch probieren wir bei den Radwegen schneller voranzukommen. Wir glauben das deswegen auch von Erfolg gegründet, weil natürlich bei den Radwegen wir mehr auf Kompromisse lösen, vielleicht auch mal auf eine provisorische Lösung aussehen. Unser Hauptziel ist es, das Radwegeangebot zu erweitern und die baurechtlichen Anforderungen natürlich zu erfüllen. Gerade dadurch, dass wir viel interdisziplinär arbeiten mit anderen Baulausträgern zusammen, finden wir da oft Lösungen, die man dann gemeinsam doch schneller durchsetzen kann, als das das oft bei den Straßen der Fall ist. Ja, das denke ich schon. Ich denke, wer sich für Radfahren in Hessen interessiert, kommt an Hessen Mobil nicht vorbei und dieses Angebot wollen wir gerne erfüllen.